So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Von 14 bis 17 Uhr war heute der begrenzte Forschungstag mit dem Falle-Pokémon. Flunschlik und Gala Flunschlik. Gala Flunschlik gab es ja schon als Shiny, meiner Meinung nach. Das Schönere der beiden Pokémon, weil es wirklich wie eine Bärenfalle aussieht mit einem Pokéball drin. Und wenn ihr draufdrückt in eurem Beutel, schnappt die ja auch zu. Richtig genial. Und auch dem normalen Flunschlik, was halt richtig hässlich ist, überhaupt gar keine Form hat, im Beutel auch richtig mies aussieht. Und, naja, durch diesen Forschungstag jetzt neu als Shiny eingeführt wurde. Ich habe hier meine Ausbeute vorbereitet. Ich möchte euch die komplette Ausbeute zeigen, ob ich ein gutes Flunschlik bekommen habe. Was sonst so an Pokémon zwischendurch gespawnt sind, die ich fangen musste, um die Aufgaben zu lösen. Ob ich ein Shiny bekommen habe. Wie viele Shiny sich bekommen habe. Ich kann jetzt schon gleich vorweg sagen, Pupsi hat mich wieder komplett abgezogen. Ich weiß nicht, wieso die immer so viel Glück hat. Ich so nicht so viel Glück. Und dann, ja. Ihr könnt natürlich drunter schreiben wieder, wie war euer Forschungstag. Hat es Spaß gemacht? War ihr unterwegs? Habt ihr zusammengespielt mit Freunden, Familie? War ihr alleine unterwegs? Habt ihr eine gute Ausbeute gehabt? Wo habt ihr gespielt? Bei uns war das der Englische Garten in Meiningen, wo wir auch letztens zum C-Day unterwegs waren. Und jetzt blädere ich hier mal durch, um euch die komplette Ausbeute zu zeigen. Die ersten drei Stops gedreht. Aufgaben aufgesammelt. Das war viel dabei. Mit Würfel machen. Mit Fabelhaft mal werfen. Mit Bären füttern. Aber auch Sachen wie Geschenke mit Stickern verschicken. Oder Bonbons erlaufen mit dem Buddy. Und sehr effektive Ladeattacken einsetzen. Angefangen hat es hier mit einem Quiegel. Dann seht ihr einen Floing. Fun, Vieh, Weil, Mar, Flunschlick. Das erste abgeholte Flunschlick mit zwei Sternen ist natürlich die Gala Edition. Dann haben wir nochmal Flunschlick hier. Schlechter. Dann haben wir einen Krypto, Fun, Vieh. Denn ich musste ja auch Ladeattacken machen. Da habe ich dann geguckt, dass ich einen Rocketrübel oder so besiege. Pupanz am Start. Nochmal Floing. Dick da ist am Start. Flunschlick. Diesmal sogar mit drei Sternen 15 Angriff. Und dann dachte ich, wann kommt denn mal das andere Flunschlick, das hellere, dieses orangebräunliche. Und dann war es plötzlich orangebräunlich. Ist aber immer noch das Gala Flunschlick gewesen. Aber als Shiny. Also relativ, zum Anfang hin, relativ früh kam das erste Shiny. Ich habe auch das erste Shiny bekommen. Da hatte Pupsi noch keinen Shiny. Am Siedem machen wir das ja auch immer so. Wir gucken immer, wer kriegt das erste Shiny. Wer kriegt das letzte Shiny. Wer hat die meisten Shinies und so. Ich habe den Punkt für das erste Shiny bekommen. So, dann geht es weiter. Dann haben wir auch endlich mal das andere Flunschlick. Und ihr seht schon, was ich meine. Wie doof das aussieht im Beutel. Ihr drückt hier drauf und es sieht aus wie eine Wärmflasche. Wenn ihr hier drauf drückt hingegen, hey, da schnappt die Falle gar nicht zu. Ach, ich glaube, wenn ihr das, wenn ihr da einen Power abgebt und das pusht, dann geht das klatsch. Weil das, beim Puschen hat das nochmal eine andere Animation als beim Angreifen. So, dann ging es weiter. Wir blenden die IV auch wieder ein. Wieder das Gala. Flunschlick natürlich. Ein paar Kwiegel hier gefangen. Schiggi gab es. Tarn Pignong gab es. Pignong? Pignong. Flunschlick. Flunschlick. Endlich. Weil das wollte ich ja haben, als Shiny, weil es neu war. Gefühlt gab es aber die ganze Zeit nur Gala. Froxy am Start mit WP12. Rotomur. Wie dick da. Wieder Flunschlick. Nochmal Flunschlick. Pitora. Floing. Gamaub. Flunschlick. Drei Sterne. Recht gute IV. Dann haben wir hier nochmal eins. Das sieht auch gut aus. Fan Fee. Floing. Fruberl. Flunschlick. 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 Sogar XXL. Also ein richtig fett großes. Was gar nicht auffällt, weil es halt jetzt so flach ist. Litomüff. Flunschlick. 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 Hypopodas. 15.015. Ich glaube, so eine Verteilung habe ich auch noch nie gesehen. Kamaub. Rotomur. Flunschlick. Flunschlick nochmal. Shiny. Ihr seht also das zweite Gala Flunschlick in Shiny. Obwohl ich das nicht gebraucht habe, weil ich ja schon genug, Flunschlick hatte, aber weiter auf der Suche nach dem normalen. Hier haben wir 14, 14, 14. Sieht auch gut aus. Schmerbe, Pupanz, Kamaub. Ach so, eine Aufgabe war auch, dass man drei Power-Ups bei Boden-Pokémon durchführen soll. Ich bin in der Shaman-Quest an dem Punkt, wo man 22 Power-Ups machen soll und habe die bis jetzt noch nicht gemacht. Seit drei Tagen oder so habe ich mir die aufgehoben. Ich dachte, ich warte bis Montag. Und Montag mache ich doch eh Power-Ups bei Max Out Monday. Da muss ich nicht sinnlos irgendwas pushen. Wenn ich eh am Montag 50 Power-Ups mache, dann wird das da auch fertig. Jetzt durch diese Aufgabe mit dem Boden-Pokémon pushen, musste ich aber trotzdem ein paar Power-Ups machen. Ich habe meistens Boden eingegeben, nach WP sortiert, die mir den niedrigsten WP genommen, die halt nur 200 Staub kosten zum Pushen. Ich habe halt irgendwas Sinnloses kurz, um Staub zu sparen und nichts Besonderes zu pushen, auf das wenigste, schnell nur für die Aufgabe. Hat sich dann geändert, danach habe ich gezielt auch ein paar Dinge gepusht, aber nicht ganz gepusht. So, Flunschlik, 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 Kwiegel, Hippopotas, nochmal Flunschlik hier, Flunschlik, Flunschlik, Bubanz, Flunschlik, Littomiff, Kwieke, Sandan, Flunschlik, Flunschlik. Flunschlik, 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 wieder Flunschlik. Da ist der Punkt, wo man sich eigentlich freut, weil man das neue Shiny Flunschlik bekommen hat, aber das sieht so kacke aus, wenn ich mir das angucke. Da können wir es mal kurz hoch machen. So geht das ja. Aber was ist das? Das sieht aus, als wäre es ein Anzeigefehler, als würde da irgendwas fehlen. Trotzdem war ich froh, dass ich das bekommen habe, das neue Shiny Flunsch League. Und wenn ich Power-Ups machen musste, habe ich mir das genommen und habe da immer ein paar Power-Ups dran gemacht. Das ist also nicht der typische Level 15 Wert, den ihr aus den Feldforschungen habt, das ist ein bisschen höher. Ich wollte aber nicht über die 1000, weil da vor den 1000 irgendwas genau auf 999 kam. Also habe ich den bei 999 gelassen, weil ich das irgendwie cool fand als Zahl. Also, neues Flunsch League Shiny ist am Start. Funpi, Zubat, Flunsch League, Flunsch League, Flunsch League, Flunsch League, Froxy, Waumball, Flunsch League, Flunsch League, Flunsch League, Keckleon. An einem Stopp ist ein Keckleon abgefallen. Da fragen die Leute immer, gibt es das überhaupt noch? Ja, es gibt es noch, da ist es auch. Flunsch League, Frobel, Flunsch League, Flunsch League, Flunsch League, Flunsch League. Ein zweites Shiny Flunsch League vom Neuen. 987, da sind auch ein paar Pushs draufgekommen. Wieder Flunsch League, 96er sogar. Roto, Murph und dann sind wir theoretisch fertig. Das heißt, in der Zeit, in der wir gespielt haben, habe ich zwei Gala bekommen und ich habe zwei Normale bekommen. Das hat sich sehr ausgeglichen. Erst die zwei Gala, dann die zwei anderen. Und dann frage ich Pupsi so und Pupsi sagt so, ach, ich habe schon acht, acht oder zehn. Sie hat auf jeden Fall von den neun, glaube ich, vier Stück bekommen und von den anderen auch mindestens sechs Stück, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß nicht warum, wir haben beide die gleiche Zeit gespielt. Und so seht ihr immer die Unterschiede, dass man auch natürlich ein bisschen Glück haben muss. Können nochmal hier auf Shinies gehen direkt. Shiny, sortiert nach Letzte. Dann seht ihr hier oben jetzt, also Flunsch League zwei Stück und Gala Flunsch League auch da mit drin. Rest legen wir zur Seite. Entwickeln kann man es ja nicht, deswegen brauchen wir da jetzt nicht weiter draufdrücken. Zeigen nochmal, wie bekloppt das aussieht. Und dann würde ich sagen, wie ist eure Ausbeute? Wie lang habt ihr gezockt? Mit wem habt ihr gezockt? Wir haben alles hier drin, das sieht gut aus. Aber in der gleichen Zeit, dass sie zwölf Dinger bekommen hat, ich vier, sieht man mal wieder, was das für ein Glücksspiel ist. Wie war eure Ausbeute? Schreibt es rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Gefühlt konnte ich auch gar nicht weiterspielen großartig mit ihr, weil wir im Prinzip keine Stops mehr hatten. Ich wusste nicht, wo man noch hingehen soll, wo noch Stops sind. Und deswegen hat man zwar einiges geschafft, aber es gab keine Stops mehr. Und das habt ihr halt in richtigen Großstädten oder sonst wo nicht. Da gibt es unendlich viele Stops. Es wird sicherlich Leute geben, die mussten nach einer halben Stunde aufhören zu spielen, weil die auch keine Stops mehr hatten. Deswegen fand ich es immer gut, als die Forschung im Tab war. Zehn Seiten mit jeweils fünf Aufgaben oder so. Und das für jeden, dass jeder die gleichen Chancen hat und nicht der eine mehr, der andere weniger. Aber das ist ein Thema für sich. Haben wir ja schon mal gehabt. Manche sagen, eine Kombination aus beiden wäre cool. Ich sage, man kann es so machen. Aber das andere war mir trotzdem einfach lieber. Kann man ja trotzdem draußen rumlaufen, sich bewegen und einfach das Abarbeiten und Pokémon fangen und Rauch zünden und so. Aber ja. Schreibt mal eure Ausbeute rein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Und schönen Sonntag noch. Wir sehen uns morgen.